Heyo Leute! Na, wie geht's euch? Ich bin das Video von MarcelTV und wir spielen eine 4x2-Map. Ich wurde jetzt so hereingeworfen, wurde ich so gesehen und ich hoffe, es gefällt euch. Mal gucken, wo die Sachen alle sind. Da oben. Ja, wenn man viel YouTube guckt. Ich weiß, ich habe wieder zu viel YouTube, so gesehen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal ein anderes Mikro, was hier steht. Ihr müsst das eigentlich nicht sehen. Schade. Wenn ich das mal so hochhebe, dann sieht ihr das natürlich. Und heißt von Simons seine Kamera einfach so. Die Kamera heißt Mikro-Kamera. Und ich hoffe mal, wir gewinnen das, Dinge. Jetzt. Und eigentlich müsste wir das gewinnen, sage ich mir. Aber wie ich mich kenne, gewinnen wir das nicht. Abmaschine mit. Was macht der? Ich mag es nicht so hoch. Ich hole das natürlich spät auf. Heißt am Montag. Heute Monat online soll sein. Okay. Und ich hoffe mal, ich kriege noch heute so geschnitten. Aber müsste ich ja. Okay, da können ein paar Twitchen, was ich zum Beispiel nicht kann. Wo ist denn das Bett von den anderen? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz geschickt rüber. Mal gucken, ob das niemand so richtig gemerkt. Oh, da kommt jemand. Juhu. Und dann. Das war wieder ganz schnell. Auf jeden Fall eigentlich müssen wir das schaffen. Ich tue heute auch nur zwei kleine Runden. Das heißt, nicht so großer Aufwand. Werde ich, äh, mache, spiele. Und ich hoffe mal, wir gewinnen das schöne Teil. Och, ne. Ich werde angegriffen. Oder drei Runden. Mal gucken. Okay. Eigentlich müsste ich ja ganz schnell jetzt sein. Und werde ich auch jetzt machen mal. Rüber. Nein, nein. Gut. Auf jeden Fall nächste Runde, nächstes Glück. Hoffentlich gewinnen wir das jetzt die nächste Runde. Müssten wir aber. Ich bin schon drüber. Und ja, ich wünsche euch bis gleich und nicht mal einen kurzen Cut. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Vor der kurzen Pause. Und wir spielen wieder eine 4x2 Max, die wir schon mal hatten. Das weiß ich. Das ist eine schöne, schnelle Runde. Immer schön schnelle Runden holen. Dann hat man auch immer zu viel Arbeit zu gewählt. Eigentlich geht das recht schnell. Auf jeden Fall. Ich spiele mit einer guten Tastatur, sage ich mir. Dann hört ihr, wie die Tastatur so ist. Und ja. Jetzt hole ich mir Blöcke und gehe mit. Juhu. Eigentlich bin ich recht schnell. So gesehen. Abmarsch, ich nehme mit. Ich lass ihn mal machen. Oh, der kann gut fast twitcheln. Twitcheln. Aber nicht so gut. Und ich habe noch das Gold. Ein Gold habe ich. Juhu. Er geht nicht gut. Wieso? Frage ich mich jetzt. Nee, nicht hoch. So, ein Gold verloren. Ich geh jetzt so in der Mitte. So. Na und? So. Drücklehne. Und nix mache. Da reicht sowieso nicht die Blöcke. Aber probieren kann man das. Was ist denn da? Nächste Runde? Gerade. Oder keine nächste Runde? in der Mitte. Okay, okay. 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 Das war mit mir in der Kiste. gold abgestaubt gold und eisensicher direkt wieder in der mitt wir schaffen das heute noch nicht wie wieder eine coole runde schön schneller und das macht einfach so spaß für schnelle runden zu machen weiß ich habe spaß und da weiß ich auch so gleich ist es zu ende nächste runde nächstes glück juhu gestorben hoffentlich meine kameraden halten das auch mit mir gleich tot die halbe das aufgehalten juhu ja wir brauchen wir macht die menschen von oben attackieren mit kuh so alles rein was gewichert muss werde ob ich hat jetzt so schnell kann keine ahnung das hat man schon oder versuche rüber zu gehen die sind nämlich jetzt abgelenkt wir wollen zu uns auch nee wir sind tot so abwasch nach oben schneller schneller das geht ja ganz hoch aber es wäre noch gut dann haben wir wieder was so lange wie ich nicht sterbe ja ich hab mich erschrocken und ich bin wieder da in kurzer pause bin jetzt ganz alleine das heißt das geht jetzt überhaupt gar nicht mehr gut kann sein dass ich in fünf minuten gestorben kann bin kann sein dass ich in zwei minuten gestorben bin natürlich gehe ich jetzt direkt direkt zum nachbarn natürlich team keine ahnung team keine ahnung cooler name team name und dann werden wir mal gucken ob ich glück habe juhu ich baue blöcke baue blöcke baue blöcke bin noch nicht gestorben ich sterbe auch nicht heute team orange ist tot team gelb ist noch drin ich bin nämlich team gelb ne jemand kommt dann habe ich euch gesagt oder team wird zuerst gestorben habe ich euch noch gesagt ist aber eigentlich egal so lange wie ich Spaß habe bin tot das kann ich euch jetzt schon beweisen ja bin tot bin tot bin jetzt schon auf meiner Uhr gute 13 minuten vergangen ich nehme jetzt noch eine zweite fahrt auf und ich hoffe es hat euch gefallen gebt einen daumen nach oben abonniert uns alle das heißt Simon Andreas und mich und viel Spaß noch und tschöööö